Mit Scooter, Madhouse, Young Wayne, DJ Ötzi und dem Titelsong Stand Up for the Champions. Mega Man, die CD. Die macht auch dich zum Champion. Mega Man, das große Finale. Acht Männer im Kampf gegen das Feuer. Wer wird Mega Man des Jahres 2002? Die letzten Schritte bis zum Ziel. Fried liegt knapp vor Daniel. Das Ziel vor Augen. Geben sie beide noch einmal alles. Mobilisieren ihre letzten Kräfte. Jetzt die Entscheidung. Fritz hat es geschafft. Er ist der neue Mega Man. Nur Platz zwei für Daniel. Er beschreitet die Ziellinie wie ein Sieger. Dritter Platz für Helmut. Was ist gut? Hat sie gekriegt, Wunsch? Fried, komm her hier. Wir haben die Nummer zwei. Kommt. Super. Wie ich die Schläuche ausgeräumt habe und gemerkt habe, dass ich ganz vorne bin, dann ist natürlich der Druck unheimlich und abläuft, bis du erst die Chance hast. Was machst du jetzt? Alles geben, was kann ich jetzt. Also, da ist man schon ein wenig anders von. Und richtig bewusst ist, dass man mal mehr aus dem Wasser rausgekommen will, ein wenig, jetzt hört mich keiner mehr. Und ich habe es nicht geglaubt. Ich habe mich noch einmal rumdreht, ich habe mich noch einmal rumdreht. Im Nachhinein kann ich sagen, es kann nur eine geben, aber für jeden. Dertag kommt hier. Er sind Sie glatt, dass Fried als erstes in den Spiel kommt? Elke da fliegt. Der alte Kämpfer. Maris ist noch auf der Strecke. Aus der Traum von Megaman. Vierter Platz für Michi. Als Feuerwehrmann war er Favorit. Michi, bist du jetzt falsch? Du warst bei den Autos, aber bei den Ärzten dabei, richtig? Nein. Ich hätte dich so gerne als Ärzten in See gesehen, mein kleiner Michi. Werners Kinder warten auf ihren Vater. Tränen der Enttäuschung. Warum bist du traurig? Weil mein Papa nennt es geworben. Der kann nicht immer gewinnen. Wo bleibt Werner? Ich meine, er hat wirklich fest damit gerechnet, dass er auch hier wieder als Nummer 1 im Ziel läuft. Wo ist er? Oh, ich glaube, da kommt er. Komm her, Leute. Komm her zu Papa. Komm her. Ja, voll. Du bist unser Megaman. Komm her. Norbert, der Polizist, erreicht als Sechster das Ziel. Werner muss verarztet werden. Beim Löschen der Feuertonne hat er sich leichte Brandwunden zugezogen. Wir haben hier Abschritte, ich habe nicht viel Sanitäter, haben einen Rettungswagen dabei und ein Herzmobil und wir können zufrieden sagen, dass eigentlich nichts passiert ist, außer ein Pflästerchen kleben, alles im grünen Bereich. Das Feuer war stärker als ich. Das ist nicht da, dass du vom Traum gestoßen worden bist? Quatsch. Der Friede ist ja ein guter Megaman. Maris, nun ist der Kampf für ihn endlich zu Ende. Sieben Wochen lebte der jüngste Teilnehmer nur für Megaman. Er kann stolz auf seine Leistung sein. Du bist so gut, du hast dich trotzdem durchgehalten, obwohl du da bei den Sein wirklich festgehalten hast. Ich will.